August zum Ofen, Oberlandstrasse, 345, ich bin 85, ich wohne 47 Jahre hier und in der Schweizerin, 4-6 Jahre in der Schweizerin. Und ich bin geheiratet, genau im nächsten Monat 6 Jahre. 60 Jahre? Ja. Ja, 3 Kinder und mein Schweizer von Wallis, von Salges und mein Storben von 4, 5, 6 Jahren und mein Leich, der Sonne, der Storben wie 49. Schau da, alles selber machen, der Rose selber machen. Schau da, alles selber machen, aber gut doch. Und da ist die Frau, da ist die Frau. Sie haben frei Angst, hä? Ja. Luchten. In der Külle ist auch der Vater und der Mutter, aber ganz groß, hä, ganz groß. Und zwei Kinder sind da. Luchken wir da. Luch. Luch. Die ist, ich weiß nicht, was sagen wir im Deutsch. Luchken wir da. Ja, als kleine Mädchen bin ich noch in jedem Haus, in jedem Haus zu betteln, Stoffe nicht geben. Nachher ist es von kleinen Mädchen. Noch ein Päbchen. Es ist nicht verrückt, was viele jetzt machen. Keiner weiss von. Dass sie dann noch von den Händen hören können. Ja, aber jetzt hier so etwas, sie sagen muss aufhören. Ich kann so etwas machen, schau mal. Es ist nicht wert. Ich schenke ihnen einen kleinen Päbchen. Ich schenke sie. Ich schenke sie. Was ist da? Ich habe es gemacht. Ein Kokodrillo. Wir stören nichts. Wir stören gar nichts. Auch die Flüge nichts. Ich gehöre nichts. Ich gehöre gut. Sehr gut. Aber wir stören nichts. Ich rede nichts, gell, Schatzli? Nein. Nein. Ich sage nur, wenn ich Huse kann, für die Huse, ich sage, Ciao, Bella. Basta. Gell, du? Ciao, Bella. Ja. 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 Ja.